Ich habe mal Full Power reingelassen hier. Dann wechsel ich jetzt auf Art. Oh, habe ich die jetzt schon erledigt? Das ging ja schnell. Hier, der, der hat es echt drauf, der Typ. Na, komm. Na, komm mal wieder ein bisschen runter jetzt. Oder halt auch nicht. Da oben, das ist mir auch gleich. So, und jetzt müssen wir uns dann mit den Bogenschützen hier noch anlegen, schätze ich. Aber erstmal nehme ich da ein Zeug mit. Ein Haftbefehl. Aha. Und sie hat nichts liegen gelassen, oder wie? Hallo? Nee. Von ihr liegt nichts rum. Schade eigentlich. Dann mal kurz zwischenspeichern. Au. So. Hey. Du spinnst. So. Ruhe. Dann haben wir das auch erledigt. Oh, hier vorne liegt auch noch was. Ah, es sind Kräuter. Okay. Und da hinten habe ich auch noch was zum Aufsammeln. Oh, wunderbar. Blaue Bergeschwert. Oh, Kräuter. Nein? 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 Okay. Doch. Na gut, einmal speichern bitte. Oh, hier sind viele Kräuter. Ja, steck doch mal dein Schwert hier rein jetzt. So, ich denke, ich muss hier rüber. Ja. Und da hier rein, oder vielleicht? Weiß nicht, probieren wir mal. Ah, hier komme ich nicht runter. Okay. 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 Oha. Oha. Wer bist du denn? Was willst du von mir? Ey. Dieser eine Soldat, der macht uns hier gerade irre glatt, was ist da los? Und hat noch nicht mal was dabei, Mann. Oha. Da unten geht es noch heftiger ab. Bogenschütze. Da sollten wir vielleicht erst mal Energie sammeln. Und in der Zwischenzeit gucke ich mal auf die Karte. Da hinten müssen wir hin. Das heißt, wir könnten durchaus auf dem richtigen Weg sein. Sicher bin ich mir da nicht. Aber gut. Ich brauche mal blaue Berge, Stahlschwein. Das ist ja voll von Arsch. Das kann man mal sauber verkaufen wieder. Aber ich habe doch hier irgendwo relativ weit unten ist dieser Schleifstein. Da ist er. Fünfmal. Den verwende ich einmal. Und habe ich dann noch Tränke. Die Krähe habe ich. Genau. Die erhöht den Schmerzschaden. Die nehme ich gleich mal. Hervorragend. Und wenn ich jetzt mal eine Zeit abwarte, dann sind wir doch bestimmt auch wieder... Wo sind wir denn hier gerade überhaupt? Ich warte mal bis zur Morgendämmerung. Weil dann sind wir nämlich auch wieder voll geheilt. Das ist spitze nur. Kann ich einmal kurz speichern. Und dann kann er jetzt uns auch... Oh. Hier haben wir ein paar Ertrunkener. Gegen Ertrunkener, habe ich gehört, hilft Igni ja ganz gut auch, ne? Schauen wir erst mal zu. Die erledigen sich ja gegenseitig. Vielleicht können wir ihn mal aufnehmen. Nein! Verdammt. Das wollte ich jetzt eigentlich natt, aber jetzt ist so. Ach, hervorragend. Wir haben da gar keine Chance hier. Au! Ich glaube, du spinnst. Nein, 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 nein. Das war uncool. Na gut. Ich frage mich auch, wo ist eigentlich unser Schleifstein hin? Ist die Wirkung schon wieder vorbei? Hm. Oder hat er keinen genommen? Dann müssten es ja noch fünf Stück sein hier im Inventar. Na komm. Hier müsste er irgendwo kommen. Oder sind wir schon vorbei? Da ist er. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ah, okay, den kann ich... Hm. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was ausprobieren. Wir haben ja noch mehr Aufwertungen. Aber die kann ich... nicht anwenden, ne? Nicht anwenden, ne? Schade. Ich weiß nicht warum. Jetzt haben wir ihn drinnen. Dann einmal ganz kurz. F5. Einmal Igni. Oh, wo sind sie denn? Ach, das ist jetzt schon ein bisschen schade eigentlich. Oh, shit. Alter Latz. Jetzt geht's ab. Ach, was jetzt? Wo kommt ihr denn alle her? Sag mal. Das ist jetzt schon echt... Also... Das geht mal nicht, ne? Also von hinten und so und dann plötzlich einfach da sein. Kann ich so nicht akzeptieren. Nö, nö, nö. Euch werde ich zeigen, wo hier der... Hase seinen Hammer schwingt oder so, ne? Sind die plötzlich einfach da? Das hältst du ja nicht aus. Und dann die ganzen Neckar noch dazu. So, wenn ich jetzt warte, kommen sie dann einfach plötzlich irgendwann? Oder wie läuft das jetzt? Hierrum kann ich nicht. Ernsthaft. Na, mal sammeln, bitte. Na, jetzt nimm das doch auf, bitte. Ja, mal... Aber hier... Hier mal nochmal. Okay. Wer will mich doch verarschen, da? Hier haben wir Kräuter. Okay. Kann ich hier irgendwo entlang? Nee. Ach. Ist dem so, ja? Ja. Ja. Ich bin gleich schon wieder im Eimer. Verdammt. Dass die aber auch plötzlich einfach da sind. Ohne Ankündigung, ohne nichts, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Also, Silberschwert. Dann die Harpieren nochmal. Dann machen wir Igni rein hier. Verfluchte Biste. Ja. Ach, jetzt sind sie plötzlich hier. Dann lasse ich die mal kämpfen gegen die Harpieren. Ja. 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 Oh. Das ist jetzt schon ein bisschen unfair. Ich helfe euch hier. Und was macht ihr so? Ne? Also. Ja, leck mich doch jetzt. Nein. Nein. Arrk. Arrk. Mann. Mann. Okay. Süberschwert. Silberschwert. Igni. Okay. Zack, 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 zack. Das wird doch wohl möglich sein, hier irgendwie durchzukommen. Ja, jetzt sind die gespawnt. Okay. Wo? Da hinten. Ah, da kommt jetzt das Volk jetzt auch gleich. Ich lasse die jetzt mal in so einem Seelenfrieden kämpfen da. Guck mal, ich komme da nicht rüber, ne? Legt euch ruhig mit den Harpieren an. Hier sind die Killer Necker wieder. Alter Schwede, ey. Ah, hier geht's rein. Bin ich hier richtig? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall erst mal dem anderen Pack entkommen. Ist ja auch schon mal was wert. Dann können wir jetzt mal hier in Ruhe vielleicht untersuchen. Ich denke, dass das hier die Katakomben nur sein dürften. Oh, und ich glaube, hier wartet wieder irgendwas auf uns. Schauen wir mal. Ich ziehe am besten schon mal das Schwert. Ja. Das war so klar. Erscheinungen. Mehr hat eure Mutter nicht geboren? Oh, shit. Ich sollte mich nicht so viel von Ort zu Ort bewegen, weil das waren immer mehr. Und ich bin jetzt schon schwer angeschlagen. Ähm. Ja, bitte. Lad neu. Aber ich habe ja Gott sei Dank hier unten gespeichert. Das ist gut. Dann gehen wir nochmal dahinter, holen uns das Schild. Das mittlerweile weg ist. Das ist natürlich blöd. Aber gut. So ist es wohl. Dann holen wir mal die ersten Erscheinungen hervor und gehen wieder raus da. Genau. Dann könnt ihr nämlich. Dann löse ich die anderen schon auch noch nicht aus. Das passt. Was habe ich drin? Igni. Okay. Igni hilft. Ich glaube die erste Erscheinung haben wir. Alter. Sag mal. Was ist denn bei dir schief gelaufen? Okay. Die zweite haben wir auch. Die lassen uns aber auch nichts da, ne? Doch. Todesessenz. Cool. Dann sollten wir jetzt vielleicht erstmal kurz ein bisschen Heilung abwarten. Kann ich speichern? Ja. Wie viele Erscheinungen kommen denn da wieder? Kommt, gib alles. Geh weg. Wunderbar. Todesessenz. Das Ding hier ist leider immer noch nicht da. Okay. Aber wir heilen gerade. Und es scheint auch erstmal kurzzeitig vorbei zu sein. Vielleicht können wir dann etwas meditieren. Keine Ahnung. Sagen wir mal. Wo haben wir es denn Zeit abwarten? Genau. Und zwar bis zum Mittag. Dann haben wir uns nämlich schon ein bisschen besser regeneriert. Das ist gut. Dann speichere ich nochmal kurz. Okay. Dann haben wir jetzt noch die Erscheinungen, die hier drüben kommen. Das sind auch nochmal drei. Die nehmen wir auch hier oben an der Treppe. Wäre mein Vorschlag. Wir sind ganz schön hart drauf hier. Da ist fast kein Entkommen. Das ist heftig. Ja. Und schon sind wir wieder im Sack. Ganz schön harte Nummer. Mann, Mann, Mann. Das waren vor der Tür hier 50.000 Neckar. Und jetzt haben wir hier drin hier Erscheinungen, die alles andere als nur eine Erscheinung sind. Wenn eine schützende Aura. Vielleicht hilft mir die ein bisschen. Kriegt sie was? Nee. Okay. Das gleiche auswickeln. Okay. Während die Erscheinungen in der Hühne drin toben. Unwahrscheinlich, dass das gut geht. Ich blute. Ich blute. Ich muss mal raus hier. Komm raus. Verdammt. Die 38 Sekunden, die Gwen wirkt, das ist viel zu wenig. Das müsste so fünf Minuten wirken. Das wäre super. Okay. Dann vielleicht doch noch mal mit... Nee. Was soll es? Okay. Keine Erscheinungen? Ach doch. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich bin zu alt für sowas. Ich bin zu alt für sowas. Ich bin zu alt für ein bisschen. Oh. Oh. Lauf. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich glaube wir fangen nochmal von vorne an. Es war natürlich jetzt blöd, dass wir da nochmal von vorne anfangen mussten. Dann wäre ich nicht so weit weggelaufen. Weil wir hatten schon ordentlich Schaden gemacht, aber okay. Jetzt haben wir wenigstens mal eine mitgenommen, aber dann haben wir uns die anderen beiden mitgenommen. Oh mei. Da kommt hierher. Lauf, lauf Geralt, lauf. Na, sogar Riva-Verschwendung. Okay. Aber das könnte es gewesen sein. Und hier haben wir einmal zumindest eine Essenz. Ne, Mutagen für Vitalität, okay. Ich speichere mal ganz kurz. Und dann wickeln wir mal die Leiche hier aus. Nicht ernsthaft schon wieder, oder? Komm schon. Kacke Scheinung. Ich glaube, solange du nur einer bist, ist mir das völlig latten, Alter. Mit euch nehmen wir es auf. Wenn er nur alleine kommt. So. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Mhm. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Und das sagt mir jetzt was. Achso, hier ist ja noch mehr. Ich verstehe. Okay. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Mhm. Ich erlaube mir mal ganz kurz wieder zu speichern. Jetzt sind wir auf dieser Seite hier. Okay. Und das bringt mir genau was. Komm ich hier irgendwie durch? Oh ja, hier war irgendwas. Licht an, Licht aus. Okay. Äh. Da muss ich irgendwie durchkommen. Bin mir gerade nur noch nicht so ganz sicher wie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.